hallo und herzlich willkommen bei der forest mit dem single player let's play alter verwalter hallo leute hier geht es direkt weiter mit der forest und ja wir sind immer noch hier in der hölle und ich habe gerade was entdeckt was richtig krass aussieht und mal zu mir das momentos alina hallo auch von meiner seite hier wieder bei bevor es zugesser mit big quantum und aka anne und die kanäle findet ihr natürlich in der video beschreibung unter dem video warum machst du sowas als wir sind direkt wieder drin in der action willkommen zurück wer nicht weiß was wir suchen einfach die letzte folge mal schauen ja okay entschuldigung wollte mich nicht in deine aufnahme rein drängen ich muss mich erst mal ein bisserl re reinkarnieren anne was machst du wir treffen uns nicht ist hier noch einer ist hier noch eine anne ich hab von hinten geschlagen alter was ist denn das im bimbo kopf nee warum sagst du big ich weiß nicht du solltest mir den arsch an was geht mich deinen arsch an ach so meinst du das ok komm mir schon wo seid denn her ich hab getanzt ah da kommt einer weg falsche direction verdammt ach so da hinten ja der hängt aber ach hier gut hier läuft er da joggt er nöt ich treff nicht nio immer gucken was die machen oh nio warte was seid denn ihr am locker fahrer ich stand direkt neben dir ach so aber ich hab mich nicht jetzt zum feind gelockt aber andersrum muss hau rauf er haut drauf komm wir tun erstmal immer loslegen da renne ich noch voll rein da ist weg okay tschau big uhr 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 das alte Knochenhunter 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 die Knochenjäger so also was haben wir heute vor ja weiter in der hülle entdecken was noch nicht entdeckt wurde und neue axt ne bis zu unendlichkeit und noch viel weiter knochenhunter 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 lasst es uns tun leute ok hier ist bestimmt ein bisschen aufschrängig essen wär ne gute idee hat noch jemand was ne nio n Schokoriegel oder so Mist da hätten wir mal ein bisschen zerhacken sollen oder ach Mist kein essen mehr wir werden sterben wir werden so elendig grepieren hier drinnen ich hab noch ein paar Snacks magst ein Snacki die Snack Snack Bag ja wo bist denn ach ja ach wie mach ich das dann hier mit einem komischen Tablett mit ja 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 Tablett mit dem Tablett genau mit dem Tablett mit dem Tablett mit dem Tablett nö wer da sieht dass wir zusammen zocken warum fragt denn das ich weiß es nicht ähm ich hab gar keinen dynamite glaub der wird zocken zum Spaß miteinander wo geht denn hier hin als ob wir miteinander Spaß hätten ne wo geht denn hier hin falsche Direction hier ist Dynamite hey ist das ein bisschen aufsprengen oder ja hast du dynamite mit ja ne dann mach ma ne dann du es geh weg dort bau rein ach ne ach ne die Anne will ja springen oh Gott äh ne alle sind gespannt wird sie es schaffen schöner Wurf schöner Wurf boah Fellenstein an die Membrane bekommen ohne Sound hattet ihr auch keinen Sound doch sie hat geboomt ich hatte Sound ich hatte nix ich glaub wir müssen noch mehr sprengen ne ne der Sound ne ne alles gut alles gut Junge hörte das mich wie der Donner so k と Boah da hat bass in der Stimme das ist bestimmt ein Elefant Benjamin no tschu Benjamin du lieber Elefant Genau stellt wir uns vor es ist Benjamin blümchen Scheine das fahrzeug geht mir übel aufn Sack das es geht laufend aus so Er ist die big幾% nächste fahrzeug, oder? Schaut euch, liebe Zuschauer, schaut, wie mutig der Rob vorgeht. Einer muss ja. Ich habe extra gewartet, bis du vorgehst. Oh, hier ist wieder ein Hinweis, direkt dein, glaube ich. Ja, genau. Ich bin was nicht los hier. Wackel geht es mal aus, es kotzt mich langsam an. Oh. Ich liebe nur die dämischen Schädel. Ich auch, ich will die Münzen haben, verdammte Axt. Ich habe den Hinweis vergessen. Da ist irgendwas versteckt. Das ist inzwischen eine sehr, da waren wir doch schon, das haben wir doch schon aufgeschrengt, glaube ich. Oder nee, wir hatten da noch keinen Dynamite. Bei unserer Base ist das. Und es geht tiefer in die Höhle. Ja. Wollen wir ein bisschen Stimmung aufbauen hier? Ja, wir müssen das Höhlenfegen, glaube ich schon. Wollen wir ein bisschen Stimmung aufbauen? Oh, Alter, ich habe ganz steife Nippel. Herzlich willkommen bei Abschlusszucker 3, dem Singleplayer-Legend. Anstrich Nummer 1. Anne, lass uns einen Counter machen für die Scheiße. Da muss ich mal die ganze Folk nochmal angucken, nee, das gucke ich mir nicht an. Dann lass mal einen Counter laufen, wie oft er das bringt, seit wir ihn kennen. Nacherkennung. Oh, das ist eine recht große Höhle. Ich bin eigentlich wieder aus, als ob ich so ein großes Moppelfight. Oh, und ein bisschen Lander. Dreht schon wieder irgendwas rum hier? Und Babys auch? Baby, Baby, balabala. Unter uns, geil. Wer geht runter? Brennt, der Würmchen. Also, die Flares sind ja eigentlich gar nicht. Du bist ein Flair-Retter. Kommt hier an der Seite runter. Alter, ist das laut. Ganz schöne Scheiße, ich habe ein bisschen. Mops wie die sind, sind die Mops? Haben wir eigentlich schon den Eispickel? Nö. Die Kletterachs? Nö. Die gibt es hier. Die Kletterachs gibt es, glaube ich, jetzt hier. Treib ihn zu mir, Anna. Treib ihn zu mir. So, jetzt ist man wirklich ein bisschen rein aufs Feuer hauen, da wir haben kein Essen mehr. Hier, gerade ist noch ein Feuer. Ja, kommt zu mir, hier ist die Kletterachs. Und ein Hinweis. Und Feuer? Was ich mache? Oh, es ist laut. Ja. Ich muss halt für den Kletterachfragen ziehen. Hier ist es nicht ganz so laut. Alter! Wie? Guck mal, das tägliche an. Das ist das Wacke, das ist echt gut. Alter, ist das laut. Deswegen bin ich hier hintergegangen. Ich habe hinten ein Feuer aufgemacht. Oh. Kettensäge. Ja, der Hinweis. Aber kannst du was verhacken? Ich brauche was zu essen. Alter, ja, ich habe schon was zu essen. Dann guck dir mal deine Baby hier an. Wie süß, wie sie denn zu Fuß zitiert. Ne, du bist irgendwie auf? Die Beine backen voll weg hier. Und du bist ein Bibi. Das Disco-Bibi. Bisschen was drauf, ne? Ich gucke mir das dann bei dir in der Folge an. Anne, hol dir mal die Kletterachst. Jo. Ich verstehe es ganz schnell. Jetzt hoffe ich, dass es jetzt was zu essen fertig ist. Okay, jetzt ziehen wir es mal rein. Jetzt hat er meins gefressen. Ich raste aus. Nein, da ist noch eins drauf. Hier ist... Junge, Junge. So, und habt ihr noch was? Lass mal von dem Wasserfall weggehen hier das Nerv. Also habt ihr jetzt noch was zu essen? Nee. Doch, hier ist noch was drauf. Da ist noch was. Hast du? Ja. Sehr geil. Alle wieder fress am Start jetzt? So, Leute. Jetzt könnt ihr euch aussuchen. Gehen wir da oben weiter? Wo die Kletterachs war? Oder gehen wir hier runter? Ähm, vielleicht erstmal runter und dann? Ja. Bin ich voll deiner Meinung. Wo war das denn? Alter, die Höhle ist so krass. Das gefällt mir immer. Ich bin riesig. Aber ich hätte gerne Karte, damit wir sehen, wo wir gerade sind, Herr Kater. Ich war zwar schon mal hier. Die kommen da drüber. Okay. Da drüber müssen wir dann. Seht ihr es? Drüben. Da drüben lang? Hier an der Seite? Nee, wir müssen dann hier oben lang. Hier irgendwie. Komm mal. Geht ganz schön weit runter hier, ne? Aber wir müssen erstmal da runter, ja. Hier hinten runter erstmal. Und dann oben rum. Okay, am besten hintereinander und nicht, dass jemand runterfällt. Und im Gänsemarsch, bitte. Patsch, 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 patsch. Patsch, 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 patsch. Nein. Ja, du hast mich runtergeschwumpt, da. Nein. Komm nicht mehr raus. Spring, spring, drück in alle Richtungen, spring. Ich kann nichts. Ich kann nichts machen. Kannst du an der Seite, kannst du das Seite irgendwie reißen? Jetzt, das ist der Crouchen. Alter, ich bin Progamer. Bist ein Löffelschnitzer. Du kommst aus dem Erzgebirge, oder? Du bist ein Löffelschnitzer. Nein, ich bin Fugtdenter. Silberlöffelschnitzer. Löffel. So, lass uns mal hier rüberschwimmen. Wo ist denn das jetzt? Koffer im Wasser, ne? Da drüben ist das Seil, genau. Wie viel schön. Ja, wenn wir jetzt die Koffer alle rausschieben würden, dann könnte man wahrscheinlich noch was erhaschen. Schnecks und sowas. Die riesige Hülle, das wird mich ja total verlaufen. Ach, fuck. Aber das schaut richtig geil aus. Kriegen noch Medikamente? Hoch. Okay. Weg, komme. Kurzer Heulen. Aufpassen, dass ihr ja nicht runterfällt, ja. Alter, ist das hoch. Mann, seid ihr auch so total gestresst von dem Spiel gerade? Nö, ich nicht. Ich finde es gerade völlig schön. Und mit diesen Wassereffekten oben an, da war ein Decker, das sieht echt. Mega cool aus. Ja. Ich habe hier irgendwas gefunden gerade. Art, Artifakt, ja. Hier ist ein, ja, ja, ein Artifakt-Kollekt. Kalt und feucht. Was, kalt und was? Was? Kalt und feucht. Wo denn? Nee, nicht, du Pickel. Okay. Jetzt müssen wir wieder runter, aber hier geht es nicht weiter. Oh, da kommen wir hier, hier kommen wir noch mit unserer Pickel-Axt hoch, oder? Nein. Sicher? Aber du kannst hier hochspringen, ein bisschen hochbacken. Habt ihr das gesehen? Als ob nur der das kann, ne? So, Anna. Scheinbar, schon. Ja, bist du. Aufpassen hier. Uuh. Alter, wir brauchen ein Feuer, mir ist kalt. Ja, mir ist auch kalt. Deswegen habe ich doch gesagt, wir sind kalt und feucht. Hier sind Babys, uuh. Babys. Mach mal schnell ein Feuer. Ich will erst mal ein Baby-Kritten. Oh, Alter, Feuer. Ich mach mal ein Feuer. Alter. Haut da. Ich seh nix. Bring durch die Steine durch, ne? Wer kommt her, Babys? Kennen sie noch, aber ich seh's nicht. Unter uns, denk ich mal. Das hat sich hier reingepackt. Die Babys sind unter uns. Hau die Babys ganz vor. Also, nee, wir heißen keine Babys. Nein. Kann ich ja auch gar nicht essen. Davon distanzieren wir uns. Wir essen nur Erwachsene. Habt ihr die Kletterachste alle? Die könnt ihr auch als Waffe nehmen. Ich weiß aber nicht, wie gut die ist. Auf jeden Fall ist es schnell. Ja, die ist relativ schnell. Aber die macht halt... Du kannst aber gut mit der blocken. Also, ich muss gucken. Wie geht denn überhaupt blocken? Ich hab noch nie geblockt. Noch nie geblockt. Okay. Das ist abdehabilisch aufgewärmt. Ja. Ich fand das wirklich besser. Rob, der quert schon wieder hoch, ja? Ach, Licht. So, reicht erst mal mit Licht. Seid ihr da ja, ne? Ja. Nö, nö. Wie groß ist denn diese Höhle, verdammt? Wie die Anne mich immer anschaut, mit ihrem Chuck Norris Gesicht. Drei Folgen schon. Du siehst besser aus. Sind wir schon drei Folgen in der Höhle? Ja. Also, das ist jetzt die dritte Folge. Die Höhle ist reason gross. Really? Reason gross. A hell, what? Aber irgendwann müssten wir auch mal ans Loch kommen, ich glaube. So lang wie wir schon laufen, also das ist... Huch. Jetzt hier können wir speichern. Oh, sehr geil. Ne, das ist auch, glaube ich... Ist das ein richtiges Zelt? Das ist das rose Loch, wo wir jetzt sind. Geht mal an den Brand dort vorne. Wir haben die hier reingetackert. Hier ist ein Hinweis. Okay, komm mal. Der Baum. Da ist irgendwas vergraben, oder? Ja, da ist ein X davor. Ja, ich glaube, dann kannst du was aufspringen, deshalb habe ich einen Pistolenteil. Bei unserer Base? Hm? Du flares. Du bist ein Flairräter. Coolass. Du bist einfach nie alt, oder? Flairräter? Flairräter? Entschuldigung. Ich muss das immer bringen, wenn ihr das sagt. Ja, das ist ja richtig. Bist du ein Running Gag von Big Quantum? Ja, hier ist das Loch. Da oben. Da oben. Also drauf, es ist Nacht. Senorita. Senorita. Ich habe noch kein Quartier. Hüpf zu dir schnell ins Bettchen, ich will gar nichts von dir. Liebe, Liebe, Liebe. Oh, das ist süß, wie die Anne immer von Liebe singt. In der einen Folge auch so, ja, hat sie irgendwas mit Küssen gesungen, keine Ahnung. Ja, ne? So, ich gehe direkt weiter. Achso, mit der rechten Maustaste ist blocken, Leute. Ja. Cool, big. Lass uns die Schwerter kreuzen. Lass uns die Schwerter kreuzen. Aber die Echten, nicht die Anderen. Damo Eis. Was hast du denn, Anne? Was hast du denn, Anne? Nix. Was ist denn los? Was, was ist denn los, Anne? Alles schick, schön, alles gut. Oh, ich. Rob. Ja? Babys? Nee. Ja, hier sind Babys. Wir haben uns verkeilt. Oh, Babys. Und hier ist ein Telt zum Speichern. Und hier ist, glaube ich, die Motorsäge. Bies. Bauarbeiterhelme, Kadaver. Hier muss die Motorzüge sein. Gerade, dass man die nicht betreten kann, die Bauarbeiterhelme. Das wäre cool. Ich glaube, die war hier. Hier liegen nur noch Benzinkanuster. Das müssen wir hier hoch. Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Aber mir hat, mir hat nach meinem letzten Durchgang jemand in die Kommentare geschrieben, dass die Säge nicht mehr hier liegt, ja. Warum gehen wir dann hier her? Weil, keine Ahnung, das war ja unbewusst. Ich dachte schon, du hörst nicht auf deine Zuschauer. Doch, doch. Jetzt brauchen wir Tauchgerät. Hey, wo ist denn hier? Hä? Was ist denn hier? Ach, das hat hochgeklettert. Ich wäre jetzt durch den Spalt gegangen. Ist doch ein Spalt. Ja, das ist ein Spalt. Wo? Was? Dann hier nach unten. Dann gehen wir doch mal hin. Bevor man hier ist. Das Tauchgerät ist unausgerüstet. Ja, mit rechten Maustrieg drauf. Warte, hab ich einmal gedreht. Hier. Aber essen wären... Ich war gerade irgendwo ein Spalt. Wären wir was. Warte. Oh, ach nee. Ich glaube, das ist der Spalt, von dem wir verkaufen sind. Okay. Kommando, zurück. Ja, das war das Spalt. Gerade noch gelobt, ne? Gerade noch gelobt. Naja, mein Gott. Irren ist ja menschlich. Lassen wir das da, nimmer. Ich habe mich dreimal im Kreis getroffen. Dann wusste ich nicht mehr, wo ich war. Wie machst du mal an dem Tauchgerät Licht an? Das geht alleine. Ich glaube, ich bin alleine. Wo sind es denn für Tauchgeräte wieder her? Wee. Ähm, was seid ihr? Ah, sorry. Ich muss kurz... Ich muss kurz schnäuzen. Achso. Ich weiß, wo wir sind. Weiß, wo wir sind? Wir waren schon mal hier in der Höhle. Und da hatten wir noch keinen Tauchgerät. Und da sind wir dann wieder hochgegangen. Weil hier in der Ecke ist ein Feuer. Weiß, wo wir sind? Ich bin da an... Wo ist das? Genau. Okay, dann gehen wir wieder zurück und nehmen den anderen Weg in der Höhle. Okay. Welchen anderen Weg? Das zeige ich dir, wenn wir an der Gabelung sind. Wo wir gesagt haben... Die Waren kürzen sich weg. Na, wo wir gesagt haben, wir gehen runter. Anstatt hoch. Ach, wo wir die Pickaxe benutzen brauchen müssen. Hier geht es ja noch weiter runter. Was ist denn los? Da kommen wir doch. Nee. Finde ich. Finde ich. Finde ich. Achso. Schon das kalt. Und hier sind wir ja gekommen. Mir ist auch kalt. Finde ich. Ich habe meine warme Gedanken. Oh, Hunger habe ich, Leute. Ja, es wird echt langsam Zeit. Das wird jetzt kritisch. Wir müssten eigentlich langsam mal raus aus der Höhle und dann, oder? Ja. Aufgewärmt mit einer Fackel. Ja. Steht irgendjemand im Weg. Ich bestimmt. Krautschen. Krautschen. Anne, Krautschen. 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 Das ist sexisch. Das ist Krautschen. 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 Ich denke, ich habe es euch. Also, Biko willst du jetzt da runter ins Loch springen nicht, ne? Nee, eigentlich nicht. Du kannst mal deinen Taucheranzug ausziehen. Achso, ja. Ich habe mir das gerade froh, so mit zwei Flossen. So blatsch, 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 blatsch. Anne, du auch? Ja, ja, ja. Blatsch, 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 blatsch. Ey, wie kriege ich dich ausgezogen? Anne, kipp. Aufgehen und rechte Maustaste. Genau. Wo sind wir denn hier reingekommelt? Ja, wir sind jetzt durch den Sp... Wir sind von hier gekommen. Irgendwo. Hier oben, ne? Oder nicht? Hier ist nichts. Ja, haben wir uns jetzt verrammelt, oder was? Hier. Hier hinten. Hier. Hier, Seil. Nee. Nee. Hä? Falsch. Das ist nur Abgrund. Wollen wir hier überhaupt? Ja, ne, hier war doch das... Ach doch, hier ist der Spalt, hier wo ich bin. Ja. Doch. Ja. Ich darf es draußen sehen. Er wird in den Durchblick, den Big Durchblick. Ja. Den Big Blick. Big Pictures. Big Pictures. Big Pictures auf Galileo. Big. Big Pictures. Leute, ich muss essen. Das würde... Wir haben es auch um ihn essen. Und ich habe doch... Big Picture. Äh, warte mal Leute, ich habe noch 7 Snacks. Oh. Werke, her damit. Vom aufteilen, brüderlich teilen. Der Anne ist aber unsere Schwester. Ich hatte noch einen. Ich hatte noch einen. Ich brauche keinen. Danke, Anne. Müssten 2 gewesen sein. Ja, dankeschön. Hier rein, Big. Zieh sie. Okay, Rob, ich hatte jetzt noch 2 für dich. Ja, ja, nehme ich. Nehme ich natürlich. Äh, oh Gott. Hat er? Wenn du wieder eine Auszeichnung kriegst. Haha. Nur deswegen mache ich das. Nur deswegen bin ich Teamplayer. Ah. Danke. Gitte. Danke, Anne. Brigitte, Brigitte. Na dir, Anne. Wenn wir unsere Mutti nicht mit hatten. Ihr werdet aufgeschwissen. Immer Marschverpflegung dabei. Du ständig für die Küche. Ist noch ein Baby. Ist das nicht das, was es irgendwo ist, aber... Ne, ich habe es schon gesehen. Ach, ich sehe es auch, ja. Er krabbelt auch schon wieder. Mit seinem kleinen Stubbel auf. Ja. Guti, guti, guti. Hast gestreichelt. Jetzt gehen wir ja einfach zurück und dann mit der Tletterhackst da oben lang. Wenn du weißt, was ich meine. Ähm, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ehrlich? Wie lang ist es für uns schon wieder? 24. 24, 25. Ja, dann nächste Folge. Okay, dann gehen wir hier ans Feuer. Eierle. Vielleicht einen Schalter bauen, im Moment. Platsch, platsch. Bitch, platsch, die Höhle. Hat noch jemand? Ja, genau. Ihr macht das dann. So. Gern geschehen, Big. Ne, du nutzt das doch auch. Du, freu ich. Du, Haufen. Gehen wir hier mit unseren Wandsmaterialstücken. Och, ich hab noch Tried Fresh Arms. Also ich hab noch was zu essen. Ich hab noch was Getrocknetes. Haut drauf. Im Inventor. Ne, das ist Getrocknetes. Oh, zieh dir's rein. Platsch dir's ins Gesicht. Ne, ich hab jetzt noch nicht Hunger, falls wieder jemand am Humertuch knagt. Das ist ja dermerkug. Wollt ihr die Folge beenden oder gehen wir weiter? Ja, beenden. Also damit bedanke ich mich bei euch natürlich wieder fürs Einschalten bei Höhlen-Simulator 2018. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen, der Geologie auf den Grund zu gehen. Boah. Und bitte. Ne, ich bin raus. Alles klar, ciao. Over and out. Auch von mir. Okay, Leute. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Der Rob hat die Höhle jetzt ein bisschen totgeredet, Höhlen-Simulator. Aber ich persönlich fand's sehr nice. Sehr erfrischend. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Ciao.